Der Monat hat er noch ein paar Tage. Ich muss noch ein Glas geben. Wo waren wir stehen geblieben? Im einen Tunnel, den ich gefunden habe. Exakt. Oh wow, jetzt nach den ganzen Rendersequenzen von seinen Hülsiders geben wir richtig beschissen aus. Nun gut. Habe ich denn nur noch? Oh, nur noch zwei. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, ich muss auf... Ich muss auf Streichwölzer setzen. Das Ende vom Level. Ich muss mir auch sparen können und einfach durchgehen. Oh, mein Herz. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, die zwei anzuzünden. Was sind wir hier zur Hölle? Okay. Oh, shit. Das ist ein mega-kilo-porter. Wann da hoch? Nein. Okay. Obwohl. Ja. Wo? Ja. Ich muss hier irgendwas tun. Okay. Ja, du. Du warst eben an der Wanderer bei mir. Beg mir dir. Kst. Heps, there was once a real person called Tin Hinan, the leader of her people. If so, she is likely buried in the Tuareg tomb of firebuffers. There are other much older stories that have been conflated with hers. Legends of the Grey Lady, a goddess who walks the desert. Legends of a healer. Legends of an empress. I think these are ancient memories of what truly happened in this place. I think these are ancient memories of mine. Okay. 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 Wenn ich die Dinger drehen kann. Unten ist ein Zettel. Ist das, dass ich die hier nicht drehen kann? Doch. Ha. Ah, ich habe auch nur drei Seiten. Oder vier. Was sind die Säulen? Viereckig oder dreieckig? Sehen vierkig aus. Ja. Okay. Ich habe pro Säule vier. Also ich könnte acht verschiedene, zwölf verschiedene Dinger haben. Ich glaube nicht, dass wir zwölf verschiedene Zeichen haben. Ich kann auch nicht jede Dings. Es kann sein, dass wir da rumdrehen müssen. Beziehungsweise, warte mal. Wir haben nur zwei. Nee, hier ist der dritte Rat. Dings okay. Kann also sein, dass wir gucken müssen, mit welchen von diesen drei nebeneinanderliegenden Dinger wir mit den drei Säulen hier machen können, überhaupt. From the mechanism, it seems that a control device is supposed to turn the pillars. But the linkage is broken. We must turn them manually. For the device will work properly. See that winches are put in place. I will want to test several configurations. Genau, was ich gesagt habe. Und hier hoch? Da kann ich jetzt hoch. Komm mal da hoch. Aber auch nicht. Wow. Jesus Christ. Kind. So viel rumrennen kann nicht gesund sein. Zumindest jetzt in dem Stadium, der Schwangerschaft. Frage ist, ob man das Kind überhaupt gesund zur Welt bringen möchte. Oh shit. Oh shit. Da muss eine Mega-Kugel rein. Ist das die da oben? Ist das eine Kugel? Sieht aber nicht so schön aus. Wow. Cheese. Oh, das bewegt sich gerade. Was haben wir hier? Ach, da bin ich hergekommen. Da habe ich reingeguckt. Was heißt? Ah. Hey, wait. Wieder durch die Spalten gefallen. Mein Gott. Eigentlich müsste ich mir aufschreiben, welche vier Dinge ich habe pro Säule. Ah, ich kann hier hochgehen. Um nichts zu erreichen. Soll ich mir das aufschreiben? Wait a minute. Wait. No, no, no. Ich brauche es mir nicht aufschreiben. Denn guckere ich das an. Die Streifen passen da rein. Aber das müsste jetzt schon stimmen. Ich schau mal, was haben wir denn hier? Kerzenleuchter und dieses komische Ding. Haben wir nicht. Das ist der einzige Kerzenleuchter, den wir hier auch noch, den wir haben. Der da oben ist, ist das ein anderer, glaube ich. Oder ist der abgebrochen? Ne, der ist nur abgebrochen, glaube ich. Warte mal, wenn wir dann das haben. Ne, haben wir auch nicht. Reicht auch nicht. Guck mal, ob die Eingrabierung immer die gleiche ist auf jeder Seite. Nein, ist ihm nicht. Das ist seltsam. Wenn man es dreht, passt ja das Bild dann gar nicht mehr, oder? Ih, es ist doch okay. Habe ich da oben reingeguckt? Kann ich rein? Was mir nicht gefällt. Oh shit, mir geht da. Sind keine Fackeln. Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Ich möchte mir, ob ich meine Dingens, ich möchte mir die Symbole aufschreiben. Was haben wir? Was haben wir? Wir haben hier vier Dinger. Hier haben wir In hier, hier haben wir In hier, hier haben wir In hier Auf der Seite ist Das hier, haben wir Der hier, hier ist Zweimal Nein, ist der falsche So hier, hier ist Ähm, was ist das denn? Der hier, okay Bullshit Als ob das Falschaden gewesen wäre Der hier, okay Was war das hier? Was hier ist? Das hier, der da hinten ist, das hier, jetzt weiß ich welche, zwölf Zeichen, es sind nicht mal zwölf Zeichen das sind, keine Ahnung, fünf verschiedene oder sowas, schauen wir mal, links oben, können wir das machen, das können wir machen, in der Mitte können wir das auch machen und interessant, wir können alles machen, tatsächlich. Emmett, wir können alles machen, bedeutet, wir brauchen einen bestimmten. Von dem ich aber noch nicht weiß, was es ist, also, ähm. Ganz bestimmte Kombinationen, denke ich. Muss ich da rein, aber ich habe kein Licht mehr, oh, das ist dumm. Richtig, richtig dumm ist das. Oder war ich so doof zu sehen, dass da eine Fackel war? Oh, cool. Noch geht's. Mit meiner Psyche. Ja. Lass zu! Lass zu! Lass zu! Das war's für heute. Okay, zumindest können wir uns jetzt hier ein bisschen ausruhen. Was laufen sie denn gerade? Was? Fuck! Kind! Nicht jetzt! Ich muss den Text hier auch schnell lesen. Nicht sinnvolles, danke dafür! Oh Gott, nein! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott ist Mutter von uns allen. Sehr schön! Wow! Oh oh, das sieht so aus, als könnte man sich hier verstecken. Okay, jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch? There is a word that appears to mean lines, paths or waves. I believe it refers to the carvings on the wall behind the pillars. They must be aligned and we must set the control device to match them. Wait! Also stimmt's doch schon, wie's eingestellt ist. Mouth harvest, loose cattle have hope and fortified... Mouth harvest, right? Macht keinen Sinn. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich werde hier rumkrabbeln in den Wänden. was ich nicht oh what the fuck is this shit oh no es klingt nicht als ob es weiter weglaufen es ist nicht viel ich muss da raus und dann nach links glaube ich ja ist die Tür ist das eine Tür ne ist das so ein kleiner Durchschlopf da wird es mir nicht hinfolgen dort wo ich herkomme oder vielleicht hat das jetzt eine andere Tür geöffnet ich weiß es nicht wo muss ich hergekommen sein das ist eines der anderen beiden Türen jetzt offen ist es da ist es da ist es stehen geblieben the fuck oh ja wir sind jetzt in die Wand rein hier okay jetzt ist es weg scheinbar ich weiß es nicht mehr 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 erst mal wieder raus, um mich zu erholen. Ich bezweifle sehr, dass es mir hierher folgt. Und wenn es mir die ganze Zeit hier rumrennen und sowas, das wäre super nervig. Das glaube ich nicht, dass das passiert. So, die... Ich meine, die Striche stimmen jetzt schon. Man kommt drauf an. Der linke vielleicht nicht. Die anderen beiden auf jeden Fall. Und der linke, je nachdem, welche... Welche Linie das gemeint ist. Haben wir denn hier noch das Ding? Uh, das ist fast eher so. Das ist ähnlich. Ich versuch's mal mit dem anderen Ding. Hallo? Ich kann den nicht drehen. Hm. Hm. Ich meine, ja. Verdammt, das passt alles. Oh, das ist verrückt. Die stimmen alle, aus irgendwelchen Gründen, es sind nur andere von den Linien, die da gibt. Uh! Uh! Wait a minute! Doch! Ich muss gucken, dass das ein Ding gibt wahrscheinlich. Weil ich den linken aber nicht benutzen kann, muss ich gucken, dass die Striche zu den außen gehen. Ich glaube, ich habe es kapiert. Der hier ist es nicht. Der hier könnte es sein. Mit dem Ring außen verbunden, auf der linken Seite. Nee, 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 der muss hier sein, hier muss einer sein. Ist noch einer. Uh! Sieht aber auch nicht richtig aus. Äh, 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 äh. Von wo muss man überhaupt gucken? Hä, äh, 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 äh. Ist zu weit außen. Ui, ich komme da gar nicht rein. Ist zu weit innen. Mann. Ich habe echt gedacht, das wäre so. Wie sehen die Dinge aus, wenn ich das hier drehe? Jetzt habe ich hier draußen den Ring. Er ist zu weit außen. Ist relativ eng innen drin. Ja, das passt. Eventuell stimmt das doch. So. Oh! Tut es. Haben wir einen Ring. Jetzt brauchen wir dieses Symbol. Dann dieses Triple-Symbol und dann nochmal Triple. Triple-Triple-Triple. Zweimal Triple. Das steht leider nicht außer hier, aber dann ist das das Falsche. Außer. Wir haben... Außer. Wir haben... Wir haben die Kombination nirgendwo. So ungünstig. So. Nicht mal halb haben wir die. Wenn wir jetzt hier die zwei Triple nehmen hier. Können die zwei Triple sein, aber dann stimmt der nicht. Drüben haben wir überhaupt keinen Triple mehr. Außer den hier. Aber der stimmt nicht. Das hier ist spiegelverkehrt. Das stimmt aber nicht. Wenn wir die zwei nehmen, stimmt der hier nicht. Und sonst... Das ist zu weit links. Das stimmt auch nicht alles. Wenn wir den als Linken nehmen, stimmt der hier nicht. Mit dem als Linken nehmen, stimmt der hier nicht. Außer wenn wir den Rechten einmachen und es passt trotzdem noch. Das wäre ja vielleicht eine Idee. Wenn wir das machen und es würde trotzdem noch alles leuchten. Dann hätten wir die Kombination. Nee, offensichtlich nicht. Außer das sind Joker. Die habe ich schon als Joker gesehen, dann stimmt es trotzdem nicht. Das ist interessant. Ich habe keine Ahnung, was hier tun muss. Ist so wirklich. Wäre nice, wenn man die linke auch noch drehen könnte. Oh, hier fehlt die Stange nach unten. Wenn ich sie finden würde, könnte ich... Warte mal. Kann ich die Stange einfach rausnehmen? Das wäre krass. Dann können Sie das nochmal. Dann bin ich auf. Ja, bitte. Dann bin ich hier vorbei mal. Okay, mal kurz. Dann bin ich weg. Mein Gott. Was, wenn ich die Rückseite nehmen muss? Unleichter, keine Ahnung, Dingens und Dingens. Ich habe hier nur einmal Dingens nebeneinander. Oh, nein. Ich muss doch nochmal rein. Schauen, ob alle in den anderen Räumen offen sind. Auch wenn ich es nicht möchte. Ich muss doch mal rein. Ich habe nichts wirklich rausgefunden. Gucken wir mal trotzdem noch weiter, ob es irgendwie... ... ... ... ... ... ... Das war's. Dann muss die Mitte anders sein. Das sieht echt nicht so aus, Mann. Das stimmt da oben rum, stimmt's zwar. Aber hier unten rum nicht. Das muss schon so stemmen. Stammt andere Richtung wäre schneller gewesen. Stammt andere Richtung. 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 Das liegt daran, dass die Kugel fehlt unten noch. Dass ich die Kugel irgendwie runterbringen muss. Aber wie krieg ich die Kugel runter? Ja. Ja. Ja, das geht hier. Oh, es sieht aus wie ein Kontrollraum. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ey, ich kann hier rein? Kann ich hier rein? Wieso ist hier nichts? Ich sollte hier gar nicht rein können. Das ist die Wahrheit. Wenn jemand hier eine Idee hat, darf er das mir sagen. Oh, da ist ein Zettel. Background on Wall, Map. Layliness, Star Chart, Position to Radius Spektrum. Ich kann Wavelengthen machen. Ich muss das komplett mehr. Ja, bringt mir nichts. Ich muss das nicht verletzen. Ich muss das nicht verletzen, aber es ist ein Zettel. Ich muss das nicht verletzen. Ich muss das nicht verletzen. Es ist ein Zettel. Was mir schön ist, dass man das Ding gar nicht erst drehen kann. Man soll es eigentlich drehen können, aber die Säule soll es sich nicht drehen. Woh... Was ist das? Mal zurück zum anderen im Hauptraum. Was ist das? Was ist das? Was ist das?